Leute Leute Gucken mal American Airlines In Flughafen O'Hare So Ich möchte jetzt nach North Carolina und South Carolina fliegen Ich bin hier mit euch Ich bin hier mit euch Ich bin hier mit euch in North Carolina Ich finde ich den falschen Button No, das ist gut Das sind meine Peeps aus Amerikaner Airlines und ich danke ihnen immer immer, dass ich einen schönen Flug mit euch habe. Ich bin aus dem Norden, also ich sage, Jolten ist wirklich cool. Charlotte? Ich habe es. Das war gut. Danke sehr. Ich mag es. Okay, yo Leute. Ich bin hier in Charlotte, North Carolina. Und in der ersten Klasse sagt man, Charlotte. Und in der zweiten Klasse sagt man, Charlotte. Und die New Yorker sagen, sie sagen, Charlotte, North Carolina. Forget about it. Okay, so, here's where I am. Bleib in Deutschland, komm nicht her. Ich möchte es machen. So, das ist was Progressive look like. Ja. Und jetzt. Und jetzt. Zeit für meine Zahne. Zeit für meine Zahnemischpixen. Die Zahnemischpixen. Haha. Hahahaha. What do you think, Nicole? Oh. 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 Tag. Oh. Ich bin so müde. Haha. Finally. I am in South Carolina, Myrtle Beach, South Carolina. It's about 10 at night, and I'm really tired. The connection from Charlotte was late, but, you know, I worked today and then ran to the airport, got the plane, and it's about 10 at night Eastern Time, which really shouldn't be that bad, because that's only 9 p.m. Central Time, where I came from. Anyway, I'm here, and as you can see, I'm waiting for my bags. So, I think I'm going to sleep late tomorrow, and fool around. Oh, by the way, in case I post this tomorrow, I didn't have time to do my thought for the day for today. Today is Tuesday, so Tuesday, the 17th of July, so I will be doing probably two thoughts for the day, one to make up for today and then one for Wednesday tomorrow, and hopefully I'll be doing those from the beach. So, I'll see you around, and have a good evening, or if you're seeing this tomorrow morning, have a good day at work. Bye.